Mir macht die Notfallmedizin Spaß, weil es jeden Tag neue Aspekte gibt, weil es jeden Tag neue Patienten gibt. Man weiß im Prinzip mit jedem Patienten nicht, was auf einen zukommt. Und es ist immer ein ganz bisschen Detektivarbeit, die man hat. Und am Ende kann man meistens sehr gut helfen. Untertitelung des ZDF, 2020